Stimmt, wir haben noch nie ein Opening gemacht. Und du musst auf Stück 2 gehen. Wir haben einfach immer nur den Akt für die Videoaufnahme gestartet. Ja. Wir haben übrigens jetzt mal alle Prüfer im ersten Akt gemacht. Damit wir endlich mal einen Talisman haben. Der übrigens relativ unnötig ist. Weil ich nicht mal weiß, was der Parade ist. Das ist dieses Konter. Mocke! Ja, stöhnen für mich. Oh Gott. Warum soll ich für dich stöhnen? Ah! Die Möbel! Sie bewiesigen sich von ganz alleine. Ein Poltergeist, Mr. Scambrick. Erinnern Sie sich noch an den beim Sperr- und Messerkongress? Ich mache manchmal immer noch schreiend auf, Sir. Pussy. Du bist jetzt echt... Oh Gott! Die sind gay. Die sind echt gut gemacht. Was war die Prüfung für diese Szene? Äh, Akt. Ich habe mich darauf geachtet. Ich auch nicht. Oh, ich hatte ein Level-Up. Nur noch lange nicht. Ja, liegt vielleicht an den ganzen Punktenvorsprung, die du in den anderen Akten hattest. Vielleicht. Also in denen, die wir aufs Spiel nachgespielt haben, weil wir versucht haben, eine perfekte Szene zu kriegen. Ja, das kann gut sein. Alter, ich kann doch nicht direkt noch eine Parade machen. Fick dich doch ins Knie. Oh Gott, ich werde ins Steam angeschrieben. Ah, super. Ich frage mich, wie viele Leute jetzt ihr Steam checken werden. Alter, meine Combo. Fuck. 49. Äh. Oh Gott. Wer mag das, das Paket der Kinder ewigen Mitternacht zu stören? Unsere... Was? Was? Dasselbe? Wer mag das, auf unsere Frucht zu leckern, auf unsere Qual? Ah, Vampire. Dafür wirst du blütensterblicher. Du wirst unseren endlosen Schmerz spüren. Schrecklich. Viele Rüschchen in diesem Raum, Sir. Äh. Schlimmer als Twilight. Schnell bis der Scarebreak. Ehe sie noch anfangen, Gedichte zu rezitieren. Oh Gott, ich bringe so eklig rum. Ach, hier müssen wir eine 100er-Kombo schaffen. Klar, wieso nicht? Und dann auch noch ohne unseren Doppelbonus. Ja klar, wieso nicht? Mach ich doch direkt. Oder ich verliere meine Combo einfach mal durch keine Ahnung was. Ja, hatte ich auch gerade. Ich glaube nicht, dass wir es hier schaffen. Das schaffen wir auch nicht. Nicht wie es in Schwulen rumüpfenden Arschkeksen. Ne. Fick dich. Definitiv nicht hier. Nice one, Sweepy. Nice one. Das ist korrekt jetzt ganze Zeit. Ja. Was ist zuletzt gesehen? Okay. Oh, Sweepy. Was sieht der Boss überhaupt aus? Das ist ein Emo-Vampir. What the fuck? What? Das ist noch gar nicht... Da kommen noch andere. Wir müssen den Boss zuletzt besiegen. Der mit der Fahne. Ja. Leichter gesagt als getan, wenn der mir am Sack hängt. Ja. Ja, komm. Ich hab raus aus dem Sinn gehauen. Ich hänge im Stuhl fest. Ja, wer fällt die Großen? Alter, das Geräusch von Sweepy. Please. Ich hab Angst, dass wir den... Ah. Ah, okay, gut. Wir haben's geschafft. Ja. So. Bitte geht ab runter. Ja. Oh, das hat mich ja keine Ruhe gemacht. Ah. Endlich, ey. Herrlich. Ich weiß gerne, was die dritte Puffung ist. Ach ja, Mensch, die Kanonen können wir zeigen. Schon wieder? Sechs Stück, ja. Ich hab eine gemacht. Ich hab zwei. Wow. Jetzt gibt's ne Combo. Oh, ich hab meine Combo verloren. Hm. Wir haben beide zwei von sechs Menschen genug, okay. Geh. Lord. Lass das Kind gehen, Dämon. Hoppala, popp. Sag dir netten Herren, wie gern du hier bleibst, kleiner Junge. Mein, oh Mann, das ist der Größte. Das ist das Größte. Hier konnte ich ewig bleiben. Und ewig sollst du hier sein. Damit wäre die Sache geklärt. Gibt's auch Grütze? Ich kann mein Hör nicht fühlen. Willst du die kleinen Männer mit den neuen Brüdern spielen? Ich mag Partys mit Zähnchen und Zähnchen. Spielt schön. Wunderschöne Stimme. Ich weiß, danke schön. Hat er sehr gut gemacht. Kriegst du den Nobelpreis. Warum ist ein Vetter schon tot? Ich verliere immer wieder die Übersicht. Genau wie in Castle Crashers. Das nervt mich so sehr. Ah, flieg du Schlampe. Matchliche Ganon. Ich kann mir bitte aufhänden, rumzuspringen, wie der ihn hatte. Warte, fang, wo habe ich den hingeworfen? Da hinschust du. An den Röschen liegt's. Seit sie dich ragen, sind wir Pärer nicht mehr dieselben. Es ist vorbei, uraltes Wesen. Macht euch gefasst. Sie mögen Abscheulichkeiten gewesen sein. Aber sie waren meine Abscheulichkeiten. Oh, das war schon der Akt. Das werde ich nicht noch länger durchhalten können. Das geht auf die Stimmende. Oh Gott, ich darf mir keine bitten. Geht mir hier aufhören, rumzuspringen. Ah, immerhin gut. Alter, ich habe schon wieder fast 1000 Punkte mehr als du. Ja, ich benutze auch irgendwie nicht meine Doppelkombo-Scheißkacke oder sonst was. Hm. Du bist immer noch nicht Level 5. Ist jetzt... Dann ist der nächste Ding jetzt der Boss? Ja, ne? Vielleicht. Weil, dann ist der Part, glaube ich, in mich die Kurze, machen wir direkt den Boss. Dann geht der Part direkt weiter. Den Boss können wir ja noch schnell machen. Der Boss ist ja auch kurz. Indeed. Ich habe Hunger. Er war gerade echt eine Fledermaus. Ja. Notferatu. What the fuck? Wir verlieren jetzt nicht mehr die Kombo dank dem Talisman, wenn wir uns das parat machen. Die habe ich auch so manchmal nicht verloren, komischerweise. Manchmal schon. Au, alter. Oh, ich habe mal kaum verloren. Ähm. Wieso waren da gerade zwei? Ich weiß es nicht. Der macht ja komische Spielchen, der Pisser. Oh, er ist der Fledermaus geworden. What the fuck? Das war's. Ende. Bye. Fitsch da. Weiß ich doch nicht. Mamma mia. Oh, hübsch. Was mache ich denn? Ich greife erst mal über die Luft an. Dem gerade mal zwei Sterne. Ich kriege nie auf Musik hin, Lars. Alter, er schlägt mich halt. Alter, hör auf, mir weg zu flügel. Ach, er macht seine Flügel. Flügelkack. Oh, er hat meine, äh, Steuerung umgedreht, Wixxer. Hab ich gar nicht gescheckt. Ah, ich habe noch eine 50er-Kommung gemacht, sodass ich dann mit drei Sterner bekomme. Ja. Ich wähle dieses Dämon-Tor. Nur ein bisschen anders. Bestimmt ist man am Ende da auch durch. Ja, nein. Ist das, ist das. Ja. Ein Monokel. Der Monokel deines Vaters. Jawohl, Mr. Scambrick. Das heißt, habe ich es mir eingerettet. Es sei ein Zufall. Er hatte ein ähnliches Modell getragen. Und die Hoffnung, kann selbst den stärksten Mann davon abhalten, klar zu denken. Aber. Hey, da sagt er stokig, aber. Aber dort ins Glas eingraviert, sage ich die Initiale. Einstein. Horatio Deschfoss. Mein Vater. Recknet sie immer mit fiesen Tricks, so. Pum, pum, pum. Das habe ich. Oh. Erfolg bekommen. Vampirjäger-Viehäther. Vierhäther. Oh, du hast mehr Punkte. Guck mal, wie wenig auch nur. Null. Oh, Mann. Jesus. Wir sind gut. Naja. Best zum nächsten Mal. Tschö, tschö.